Autonom Talent ist ein innovatives Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im Talent- und Ressourcenmanagement. Wir bieten eine ganzheitliche Methode an, auf Basis einer Messung einerseits die beruflichen Talente zu erkennen und andererseits auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Wir haben eine 24-Stunden-Herzratenvariabilitätsmessung und aus der heraus können wir sehr eindeutig erkennen wie die körperliche Leistungsfähigkeit im Moment vorhanden ist, das heißt ob hier ausreichend Energie und Ressourcen vorhanden sind um die herausfordernden Tätigkeiten auch gut umzusetzen. Auf Basis einer umfassenden Information beraten wir unsere Kunden im Stress- und Ressourcenmanagement. Hier können wir erkennen wie die Anspannung der Belastungslevel ist und wie die persönlichen Stärken, die beruflichen Talente im jeweiligen Job besser eingesetzt werden können und die Führungskräfte effizienter und schneller ihre Ziele erreichen.